Auf einmal erst mal. Gucken wir drauf. Wo bin ich? Was? Was? Was war das denn? Wo bin ich? Ich bin Jinso! Wo bin ich? Warte mal! Nein, mach mal neu! Nein, ich bin schon da mal gestorben! Ich auch, ey! Spassi! Warte mal! Warte mal! Gut gemacht! Ich bin nicht runtergesprochen mit Karl! Die zwei? Das ist auch gedrückt! Ja! Nächstes Jahr! Nein! Pause! Ich brauche durch! Was machst du da? Ich will doch die Palutena! Wie willst du nicht? Hast du doch spießt die ganze Zeit mit Frauen! Ich will die nicht! Wirst du mir überhaupt zu? Was hast du denn ausgewählt? Nein! Ich war da die ganze Zeit! Wie sollte ich ihn auswählen? Machst du Pimpers, Mann! Deswegen bin ich Pimp! Ich wollte ihn eigentlich auch nicht! Aber ja, okay, dann nehme ich ihn halt! Hey, warte mal! Ich wollte doch nicht mal was! Dein Chip wird lang, aber kleiner werden wir nicht verwendet! Fliegengewicht, Alter! Jetzt kommt Thunling! Der fliegt hier schnell raus! Das ist ganz gut! Alter, auf Thunling! Wo bin ich? 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 Warte! Okay, Thunling, Alter! Boah! Boah! Ich fliege der überhaupt nicht! Hey! Oh, ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Nein! Nein! Haha! Ich hab ihn ausgetrückt! Nein! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Irgendwann hat ein K.O! Nein, ich war das! Oh nein! Was ist denn das? Oh nein! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Alter! Irgendwann kommt du und haut zu! Boah! Moin! Hab ich dich erwischt? Irgendwann random hin? Ich kam von oben! Was ist denn nix? WTF? Alter, lass mich doch mal springen! Du da! Ja! Alles klar! Das reicht jetzt! Das reicht jetzt! Das reicht jetzt! Boah! Hier gar nix! Raus hier! Zwei rausgehauen! Wirklich! Ich hätte richtig... Raus hier bitte! Raus hier bitte! Boah! Den haben wir weg! Oh nein! 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 Oh du bist jetzt raus! Jumshake! Was soll das hier deine Technik, Alter? Hast du gesehen was ich gemacht habe? Ausziehe! Ah! Wir hätten da raufgehauen! Was? Wer ist da? Kommt ihr nicht abwehren! Ich weiß gar nicht! Nein! 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 Oh! 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 Ich bin doch da! Oh oh! Ah! Niii! Das Ding ist voll schwer zu bekommen! Was machst du da? Wer seid ihr jetzt dran? Ich weiß gar nicht! Danke! Nein! Motherfuckers! Du hast noch 4 Leben! Was? Nein! Der macht doch die ganze Zeit so einen hässlichen Blitzer! Man kennt ihn! Der ist ja Mexikaner hier! So ein japanischer Kopf, sondern du bist so ein Kopf! Du bist jetzt nicht sterben wir alle! Das ist der Big Club von DGSB Spiel! Wenn die Zahlen aufeinander kommen, zwei verschiedene senkrecht und horizontalen Wettkarten, dann passiert was! Abhängig von der Zahl! Was? Ja! Ja! Das ist das für ein Müll! Ich bin ein bisschen zu klein! Nein! Nicht pikant! Ja! Wie kann das sein dass die Schnuffel vor mir auch, also dass sie vor der Schnuffel rausgeflogen sind! Ich bin einfach der Stärkse! Da! Alter, wie schnell sie sich denn drauf ist? Was ist das mit einer Rakete? Halt auf, die nimmt dich mit! Krivi, lass mich bitte in Ruhe. Oh mein Gott! Die Rakete! Wie weit fliegt die Ratte? Oh mein Gott! Boah! Boah! Mein Falkontritt hat mich getötet! Mein Falkontritt hat mich getötet! Ja, genau, Alter! Alter, mein Schild war so klein! Ja, die gab's noch mal. Keine Spezialabläufe. Da helf ich dir schon! Komm hier! Du nager! Du nager! Ich brauch da eine Schwanz für meine Autohantette! Warte, warte, ich bin hier nochmal. 13 Tode, Alter! Ich hab einen grünen Lützer... Ich hab so einen grünen Loll hier rausgehauen. Ich hab 13 Leute rausgehauen. Boah, bringt ihr nicht, sind wir schon tot? Ich hab so 13 Leute rausgehauen.